Hallo. Hier ist der Hörbinder. Hier ist der Hörbinder. Hier ist der Hörbinder. Das ist der Hörbinder. Das war der Hörbinder. Sie wird sich als Prinzessin verhandelt. Von jetzt an. Wir, diejenigen, die Tiere retten, tun dies aus einem einzigen Grund und nur aus einem Grund. Um den hilflosen Schmerzen zu lindern. Und um das zu tun, müssen wir manchmal in riskante Situationen eintreten, die uns selbst gefährden können. Das Ganze besteht darin, dass wir abwägen müssen. Risiko und Belohnung. Und die Belohnung hier ist die Möglichkeit, einem Hund ein glückliches Leben für den Rest seines Lebens zu geben. Was Sie gleich sehen werden, ist eine solche Rettungsaktion. Und dann meine Begegnung mit demselben Hund zehn Jahre später. Genießen Sie es. Augange nichts mehr. Jetzt zum Apollo! Geat nach. Geväst her! Geat nach! Jetzt zu sch***! Geat nach! Der ist doch nicht so schlecht. Okay. Let's finish. Stop. Wunder. Ha! Yes! Bye motherfuckers. We got it! Yeah! Great. Bueno chicos! Very good. Very good. We've rescued this doggy. Yeah. Happy the end. Guapa. Motherfucker. Would you believe that the guy left a note saying this dog is mine. No one is allowed to feed him because I do it whenever I want. I'll show you the note he left. Anyway, fantastic. Guys. Great. Look at her. Here she is. Freedom. He's so happy. So happy. Oh my god. She has no idea what's gonna happen to her. Her life is gonna change completely. She's gonna be treated like a princess from now on. Who knows how long she's been there. But everything is gonna be very, very, very different from now. Huh? Princess. Oh my god. She's in a horrible state. I can see the skin problems from here. Who knows? So we'll do a full analytic. We'll check her for infectious diseases. And we'll treat her completely. She's gonna be fine. Look. The place where freedom was locked. There was this note. And it says, This place has an owner and so does the dog. Don't give the dog any food. I come every day and she eats her own kibble. This was a lie. The guy never went there. You've seen the conditions in where the dog was living. And we just rescued the dog. So this guy is gonna be very upset when he finds out. He can fuck himself. We rescued her against the owner's will. A few weeks ago. Look at her now. We changed the name for pronunciation purposes. We call her Mocha here. Okay, and guys. She's great with every dog. She's great with cats. She's actually sleeping with a cat every night. We should rescue more dogs like this one. Rescue against the owner's will. I love it. I love Raciel how you phrase that. Okay. So guys. Please find a home for this doggy. She's fantastic. She really is great. Mocha, mira. Después de tantos años. ¿Cuántos años hace ya? Diez o ocho o nueve. Fácil o nueve. Y aquí está. Mira. Está guapísima. Madre mía. Mocha. Ahí estabas ahí. A ver, dale. Qué espiriaba. Cuando la he visto he dicho, ésta es mi mocha. Ay. Muy bien. Es súper buena. Es súper buena, eh. Lo primero que vi de ella fue su nariz. Intentando respirar por aquel agujero de madera que había, Ich wusste nicht wirklich, dass ein Teil des Unternehmensschausschraubend ist. Es ist hier. Zahra, Empur, Perro Fuera. Und dann, wir sind auch sehr gut, dass sie es. Und dann, wir sind... Und dann, wir sind... Dann, wir sind 11 Jahre oder 12 Jahre alt. Ja, aber noch nicht. Ja, wenn wir die Jahre alt waren, wir sind... Ja, und dann, wir sind... Und dann, wir sind hier... Wir sind hier... Wir sind hier... Wir sind hier... Das war's, das war's, das war's, das war's. Es war wunderbar, Freiheit, jetzt Mocha, nach all dieser Zeit zu sehen. Am Tag, als ich sie gerettet habe, war sie nichts weiter als ein junger, energetischer, ängstlicher Welpe, der von einem Jäger gefangen gehalten wurde und unter schrecklichen Bedingungen lebte, gezwungen, inmitten von Dreck zu jagen. Jetzt, zehn Jahre später, hat sie ein wunderbares Leben gehabt. Sie hat eine wundervolle Familie und sie wird mit ihrer Familie alt, umgeben von Liebe. Das ist so wunderschön und es ist der Traum eines jeden Retters, eines unserer Tiere, Jahre später zu sehen, sich gut zu entwickeln und ein wundervolles Leben gehabt zu haben. Wie auch immer, Leute, vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke für eure Unterstützung. Und vergesst nicht, dass alles, was ich tue, nur möglich ist, wenn ich eure Hilfe habe. Bitte, wenn ihr könnt, wenn euch dieses Video gefällt, wenn euch gefällt, was ich tue, wenn ihr euch mit meiner Arbeit verbunden fühlt, bitte tretet meiner Patreon-Support-Gruppe B. Ich brauche euch wirklich dort. Passt auf euch auf. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.